dann haben wir als nächstes die sauron von blackbox 13 schuss 30 mm kaliber mit 280 gramm nem sauron kommt ja von herr der ringe ich bin mal gespannt ob der effekt auch so ähnlich ist und ja tolles design wie gesagt blackbox fireworks sauron bitte blackbox fireworks ja 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 ja